In dem spannenden Thriller von Dennis Villeneuve wird ein Detektiv auf die Suche nach zwei jungen Mädchen geschickt, die in Pennsylvania entführt worden sind. Einer der Väter der Kinder musste die Sache selbst in die Hand nehmen, nachdem die Polizei immer wieder in Sackgassen geraten war. Wie weit wird er für sein Kind gehen? Die meisten Thriller beginnen den Film mit einem beunruhigenden Gefühl der Normalität. Sie würden uns in dieses gefühlte Netz der Sicherheit einhüllen, aber nicht dieser. Die allgemeine Intensität des Films reicht aus, um uns diesen scheinbar normalen und langweiligen Rhythmus des täglichen Lebens infrage zu stellen. Prisoner, 2013, beginnt mit einem Mann, der das Gebet Vaterunser spricht, bevor er ein Reh im Eisweißen Wald erschießt. Danach gehen sie nach Hause, aber nicht ohne, dass der Vater seinem Teenagersohn eine aufmunternde Rede hält. Dieser Mann war Keller Dover, gespielt von Hugh Jackman, und er war mit seiner Frau Grace, seinem Sohn Ralf und seiner Tochter Anna in Pennsylvania, um Thanksgiving zu feiern. Sie wurden auch von ihren Familienfreunden Franklin und Nancy Birch sowie ihren beiden kleinen Mädchen, Eliza und Joy, begleitet. Während die Erwachsenen mit den Vorbereitungen für das Essen und das Fest beschäftigt sind, machen die vier Kinder einen Spaziergang außerhalb der Vorstadt. Anna und Joy spielen auf einem geparkten Wohnmobil. Zunächst dachten sie, es sei niemand zu Hause, aber als die beiden jungen Mädchen immer wieder dagegen klopfen, hören sie Geräusche von dessen Bewohnern und beeilen sich, nach Hause zu kommen. Sie schwellen in ihrem üppigen Mal und Mr. Birch, hier dargestellt von Terrence Howard, holt zu ihrer Unterhaltung sogar seine Trompete hervor. Anna und Joy brachen in Gelächter aus, als sie versuchten, im Duett mit Mr. Birch ihre lustige Version von Jingle Bells zu spielen. Die beiden sind jedoch verschwunden, nachdem sie gesagt haben, dass sie zu Annas Haus zurückgehen werden, um nach einer Pfeife zu suchen. Der Film nimmt eine düstere Wendung, als sie sich auf die Suche nach den Kindern machen und ein heftiger Regenschauer langsam die Stadt einhüllt. Detective Loki, Jake Gyllenhaal, kommt zu einem Polizeibericht, der besagt, dass ein Wohnmobil, das der Beschreibung entspricht, am Waldrand steht und verhaftet den Mann, der sich darin befindet. Der Mann, Alex, war widerspenstig und ist offensichtlich sozial unfähig und geistig behindert, als sie ihn konfrontieren. Loki findet während des Verhörs heraus, dass Alex, niedriger IQ, wie ein Zehnjähriger, ihn daran hindert, eine Entführung zu organisieren und dass in seinem Wohnmobil keine forensischen Beweise für die vermissten Mädchen zu finden sind, auch nicht in dem Haus, in dem Alex bei seiner Tante wohnt. Beide Familien sind verzweifelt, nachdem sie erfahren haben, dass der Detektiv keine handfesten Spuren hat, vor allem Keller, die sich darüber aufregt, warum Alex anfangs versucht hat, vor der Polizei wegzulaufen. Loki geht Informationen über lokale Pädophile nach und besucht das Haus von Pater Patrick Dunn, der betrunken in seinem Wohnzimmer aufgefunden wurde. Als er sich im Keller umsieht, entdeckt er eine Leiche, die schon länger dort gelegen zu haben scheint. Dann gesteht, den Mann getötet zu haben, nachdem er gestanden hat, in seinem Krieg gegen Gott 16 Kinder getötet zu haben. Alex wird freigelassen und vom Polizeihauptmann zu seiner Tante Holly zurückgebracht. Keller, der von Alex' Schuld überzeugt ist, greift ihn vor der Polizeiwache an, wo Alex ihm sagt, sie haben nicht geweint, bis ich sie verlassen habe. Keller geht zum Haus der Jones und sieht, wie Alex einen Hund ausführt. Hier sehen wir eine verborgene, verdrehte Seite von Alex, als er den Hund an der Leine vom Boden aufhebt, nur um zu sehen, wie er wirkt und zappelt. Verdächtigerweise sind Alex dieselbe verdorbene Version von Jingle Bells, was Keller von seiner Schuld überzeugt. Als Loki keine Beweise dafür findet, entführt er Alex. Keller, unterstützt von einem zögerlichen Franklin, beginnt Alex in einem leeren Gebäude, das Keller gehört, zu foltern. Er sagt sogar, dass sie ihm so lange wehtun werden, bis er redet oder sie sterben werden. Loki spricht einen verdächtigen Mann an, der während einer Mahnwache für die Mädchen entkommen ist. Loki stellt der Gemeinschaft eine Zeichnung des verdächtigen Mannes zur Verfügung. Der Verdächtige dringt in die Wohnhäuser von Birch und Keller ein. Grace belauscht ihn und denkt, dass es sich um ihre Tochter Anna handelt und ruft Loki an, der am Telefon erfährt, dass Keller seine Abende außer Haus verbringt. Er folgt Keller zu dem leerstehenden Gebäude, wo Keller behauptet, er wolle etwas trinken, aber Loki kann Alex nicht ausfindig machen. Loki macht den Schuldigen, Bob Taylor, in seinem Haus ausfindig. Loki öffnet Behälter mit Schlangen und blutverschmerter Kinderkleidung und die Wände sind mit Labyrinthmustern bedeckt. Taylor gesteht auf dem Polizeirevier und Loki erfährt, dass auch er als Kind entführt wurde. Loki konfrontiert Taylor und fragt nach dem Verbleib der jungen Mädchen, während er komplizierte Labyrinthe entwirft. Taylor entreißt einem Beamten die Pistole und erschießt sich. Loki zeigt den Bechältern und Keller Fotos der blutverschmerkten Kleidung, die sie als die von Joy und Anna erkennen. Keller teilt seinem Sohn später mit, dass sie nicht tot sind. Keller foltert Alex weiter, der kryptisch von einer Flucht aus einem Labyrinth spricht. Keller stattet Harley einen Besuch ab und erfährt, dass Alex' geistige Beeinträchtigung das Ergebnis eines Unfalls ist, den er als Kind mit den Schlangen hatte, die ihr Mann als Haustiere hielt. Harley und ihr Mann, die glühende Christen waren, verloren ihren Glauben, nachdem ihr Sohn an Krebs gestorben war, und adoptierten Alex, um damit fertig zu werden. Loki bringt ein Labyrinthmuster in Telos Zeichnungen mit einer Halskette in Verbindung, die die Leiche in Duns Haus getragen hat. Loki entdeckt in Telos Wohnung, dass viele der blutverschmerkten Kleidungsstücke in einem Geschäft gekauft und mit Schweineblut getränkt wurden. Loki entdeckt Telos Fußspuren und die identische Art von Socken, die Keller in Telos Haus gefunden hat, unter einem Fenster außerhalb des Doverhauses. Als die betäubte Anna und Joy versuchen zu fliehen, wird Anna gefasst, aber Joy kann entkommen. Joy wurde entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht. Als Keller die benommene Joy verhört, kann sie sich an nichts erinnern, sagt ihm aber, sie waren dabei, sie hat uns den Mund zugeklebt. Er rennt hinaus und stellt fest, dass sie ihn in Hollys Haus gesehen hat, als er sich für den Angriff auf Alex vor der Polizeiwache entschuldigen wollte. Loki verfolgt Keller und geht zu seinem Haus, in der Erwartung, ihn zu sehen, aber stattdessen findet er Alex. Keller geht zu Hollys Haus und sagt ihr, ich will dir nicht wehtun müssen, aber sie richtet eine Pistole auf sie. Sie enthüllt, dass sie vor dem Verschwinden ihres Mannes als Teil ihres Krieges gegen Gott Kinder entführt haben, um den Mord an ihrem Sohn zu rächen und die verzweifelten Eltern in Teufel zu verwandeln. Sie war die ganze Zeit über die psychopathische Entführerin und sie war direkt vor ihrer Nase. Taylor war ihre zweite Entführung nach Alex. Harley sperrt Keller in einer geheimen Grube in ihrem Garten ein, wo er die Pfeife seiner Tochter entdeckt. Loki betritt Hollys Haus, um ihr mitzuteilen, dass Alex entdeckt worden ist. Als er ankam, nahm niemand seine Anrufe entgegen, also ließ er sich einfach selbst herein. Als er jedoch im Wohnzimmer ist, sieht er ein Foto des verstorbenen Ehemanns von Harley, der die gleiche Labyrinthalskette trägt wie die Leiche in Danskeller. Die Rädchen in seinem Detektivkopf klicken plötzlich und er macht sich auf die Suche nach Harley, die Anna gerade eine Injektion verabreicht. Loki und Harley liefern sich einen Schusswechsel, bei dem Harley getötet wird. Loki Auch der Detektiv hat bei der Auseinandersetzung ein paar Treffer abbekommen, aber er hat nicht vergessen, zu handeln. Obwohl er durch den Schuss Blut überströmt und desorientiert ist, schafft er es, Anna schnell ins Krankenhaus zu bringen. Ein paar Szenen weiter sehen wir eine sich erholende Anna, die im Rollstuhl sitzt, und Joy, die einem bandagierten Loki einen Besuch abstattet. Sie gehen in sein Krankenzimmer, um sich für die Lösung des Falles und die Rettung der beiden vermissten Kinder zu bedanken. Grace hat sich mit der Tatsache abgefunden, dass Keller, wenn er gefunden wird, eingesperrt wird. Loki kehrt zu Hollys Haus zurück, wo er ein leises Pfeifen hört. Er hört es mehrmals und verwirft es zunächst, aber als er es noch einmal hört, erstarrt er, seine Augen werden glasig, als würde er zwei und zwei zusammenzählen. Und an dieser Stelle endet der Film. Wenn man den Film zum ersten Mal sieht, könnte man leicht in die intensive filmische Welt des Regisseurs Denis Villeneuve eintauchen. Er ist bekannt dafür, dass er einer der wenigen ist, die die Kunst beherrschen, Spannung zu erzeugen, ohne dabei in Klischees zu verfallen. Seine Meisterschaft im visuellen Geschichtenerzählen zeigt sich in Prisoners 2013, der bis zum Rand mit Symbolik und komplexen Charakteren gefüllt ist. Andere sagen sogar, dass diese Figuren perfekt einfangen, was es heißt, in ihren inneren Welten gefangen zu sein, die eine surreale Verzerrung und bedrohliche Komplexität aufweisen. Villeneuve hat es geschafft, sich von den anderen Filmen, die einer linearen Abfolge von Ereignissen folgen, abzuheben. Viele der Hinweise auf die Probleme unserer Figuren sind gut über den ganzen Film verstreut, für den Zuschauer spürbar, aber leicht genug, um sie zu vergessen. Dies trägt wahrscheinlich zur Spannung bei und hält den Zuschauer bei der Stange, unterbewusst glaubt er, die Antwort zu kennen oder zu wissen, was als nächstes passieren wird. Es wird ihnen immer nur auf der Zunge liegen, es sei denn, einige unserer Zuschauer sind in der Lage, sich in die Gedanken von Villeneuve selbst hineinzuversetzen. In gewisser Weise kann der Film als ein erzählerisches Labyrinth verstanden werden, in dem es für das Publikum Hinweise gibt, die es zu lösen gilt. Chris Lambert von Colossus hat verraten, dass wir, wenn wir nach und nach die Schichten von Prisoners aufdecken, die Bedeutung des Titels erkennen werden. Es geht nicht nur um Anna und Joy, die von ihren Entführern gefangen gehalten wurden. Vielmehr geht es um den Gedanken, dass viele von uns in ihren persönlichen Gefängnissen gefangen gehalten werden, sei es körperlich, geistig, emotional oder sogar spirituell. Die beiden Mädchen waren die Verkörperung der physischen Gefangenschaft. Sie wurden von einer korrupten Familie entführt und als Geisel gehalten, bis sie alle Labyrinthe lösen konnten. Keller wird durch seine väterlichen Instinkte wahnsinnig und entführt seinerseits auch Alex. Doch der Spieß wird umgedreht, als er schließlich von Alex, eigener Tante festgehalten wird. Hinzu kommt, dass sowohl Alex als auch Barb Taylor Opfer von Kindesentführung und Missbrauch waren, wie ihr verstörtes Verhalten beweist. Zwei Männer, die der Korruption von Harry und ihrem Mann zum Opfer fielen, hoffnungslos gefangen in der Welt, die das Paar ihnen aufzwang. Diese Darstellung von Villeneuve spiegelt die Berichte wieder, die besagen, dass sich Gewalt auf die Ideen, Gefühle und Verhaltensweisen sowie auf die psychische Stabilität der Opfer auswirkt. Schließlich ist der oberflächliche, aber erstickende Glaube von Harry und ihrem Mann ein weiteres Gefängnis. Ihre eifrige Hingabe an die Kirche und die Verheißungen Gottes hat dazu geführt, dass sie die Realität infrage stellen und zu bedrohlichen Methoden greifen, um den Tod ihres Kindes zu rächen. Ein Kind, über dessen Tod sie anscheinend nicht richtig hinwegkommen konnten. Hugh Jackman in der Rolle des nach außen hin starken Vaters, der zu allem bereit ist, war ein großartiger Schachzug von ihnen. Die Intensität seines Charakters, gepaart mit Hooks überzeugender und biederer Art, lässt uns auf einer persönlichen Ebene mit ihm fühlen, als hätten wir ebenfalls ein Kind verloren. Aber egal wie stark er auch sein mag, es muss genauso niederschmetternd sein, zu wissen, dass er nicht in der Lage war, die Sicherheit seiner Tochter bei einem einfachen Spaziergang in der Nachbarschaft zu gewährleisten. Es stimmt, es war das Ergebnis von Umständen, die niemand zu diesem Zeitpunkt kontrollieren konnte. Aber stellen Sie sich vor, wie belastet er sich gefühlt haben muss und wie schuldig er für diesen verrückten Unfall war. Am Ende entschied sich der Regisseur für einen Cliffhanger, anstatt uns zu zeigen, was als nächstes passieren würde. Wird Detective Loki auf sein Bauchgefühl vertrauen und nach ihm suchen? Oder wird er es wieder verwerfen? Villeneuve weiß wirklich, wie er seine Zuschauer bei der Stange hält. In Prisoners konnten wir extreme Charaktere erleben, von der brutalen Widerstandsfähigkeit von Keller Dover bis zur zwanghaften Hartnäckigkeit des Detektivs. Ein einzigartiger und spannender Film, der ein weiterer Beweis für Villeneuve's Kompetenz im visuellen Geschichten erzählen ist.